Genau, der Auftritt muss immer selbstsicher sein. Die Frage verunsichert mich nicht. Und ich finde es so wichtig, dass wir das Recruitern auch beibringen, weil die ja dann oft denken, was stimmt mit der Person nicht? Und mit der stimmt alles, die hat einfach nur andere Fragen. Am Anfang jetzt nicht so Klopperfragen raushauen, wo es total komplex wird, sondern eher versuchen, ein Gespräch hinzukriegen, in dem die so natürlich wie möglich agieren können. Nachdem wir uns Gedanken gemacht haben, welches Profil suchen wir eigentlich, dann in der Ansprache die Kandidaten richtig angesprochen haben, kommen jetzt die ersten Bewerbungen rein und wir gehen ins Vorstellungsgespräch. Deborah, wie können wir jetzt im Vorstellungsgespräch am besten auch Persönlichkeitsprofile beachten? Das heißt, wie können wir uns auch auf dieses Gespräch am besten vorbereiten? Ja, also ich würde ja grundsätzlich immer empfehlen, ein strukturiertes Interview zu machen. Das ist so die, sage ich mal, die Basics des Recruitings, heißt ja, wir treffen einfach bessere Entscheidungen, wenn wir strukturierte Interviews machen. Das heißt, wenn es eben zum Beispiel einen Katalog an Fragen gibt, die wir halt allen stellen und wo wir ganz sauber durchgehen und dass wir aber auch so einen freien Interviewteil haben. Und ich gehe jetzt mal primär so auf den freien Interviewteil und auf so ein paar separate Sachen ein, weil in dem strukturierten Teil würde ich schon darauf Wert legen, dass man eben ähnliche Sachen abklopft. Aber grundsätzlich erstmal vielleicht die Frage, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass ich, wenn ich jetzt so ein Persönlichkeitsprofil habe, dass ich nochmal abklopfe, sehe ich dieses Verhalten auch? Das habe ich im ersten Video, glaube ich, schon mal gesagt. Es ist halt total wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir gucken müssen, sehen wir das, was die Person auch selber sieht? Weil manchmal hast du die Situation, vielleicht hast du so eine Person schon mal kennengelernt, die beschreibt sich selber als jemand, der total gut mit Menschen kommunizieren kann und der sagt, ich kann so gut präsentieren und mir hören die Leute zu und es funktioniert richtig gut und dann hörst du die Präsentation von dieser Person und denkst so, hä, habe ich das richtig verstanden oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Weil du erlebst es zum Beispiel ganz anders oder mal andere Richtungen. Jemand erzählt dir, ich bin so gewissenhaft und dann kriegst du eine erste Excel-Tabelle von ihm zugeschickt und du findest irgendwie 20 Rechtschreibfehler in dieser Excel-Tabelle und Kommafehler und Zeilenfehler und keine Ahnung was alles, ja. Das gibt es ja alles und es liegt einfach daran, dass wir Menschen natürlich alle eine Selbstwahrnehmung haben und es gibt eine Fremdwahrnehmung von außen. Und die Frage ist, wie synchron sind die? Und das muss jetzt nicht hundertprozentig synchron sein, aber was schon wichtig ist, ist, dass es nicht komplett konträr ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, von außen ist das für mich jemand, der ist eher kreativ und auch ein bisschen unstrukturiert und die Person selber beschreibt sich, das hatte ich tatsächlich einmal im Unternehmen hier, als sehr strukturiert, sehr organisiert und sehr gewissenhaft und ihr passieren kaum Fehler. Du siehst aber quasi in jeder zweiten Tätigkeit, die sie macht, Fehler und du versuchst immer die Fehler nach zu korrigieren und ihr zu sagen, hey, pass auf, da sind Fehler drin, dann ist es natürlich ein Problem. Das heißt, wir wollen im Bewerbungsgespräch, wenn wir jetzt, wir haben ja das Profil von dem Stuhl vorliegen, da haben wir das Profil von der Person vorliegen und dann wollen wir sehen, sehen wir das Profil, was die Person selbst ausgefüllt hat und zwar einfach mit dieser Frage, ist die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, sind die gleich oder relativ ähnlich? Und wichtig ist auch, wenn die jetzt unterschiedlich sind, dann heißt das nicht, dass wir die nicht einstellen können, aber wir tun es wieder in dem Bewusstsein, dass wir wissen, wir stellen uns jemanden ein, der kein sauberes Selbstkonzept hat. Das hatte ich auch schon hier bei Persolog, ich habe da quasi jemanden eingestellt, in dem ich starke Initiative und Dominanz gesehen habe und die Person hat mir immer stetig gewissenhafte Profile ausgefüllt und ich glaube, es hat vier Jahre gedauert, bis das Selbstkonzept so klar war, dass sie genau das ausgefüllt hat, was ich vorher auch gesehen habe und das ist jetzt ja nicht so, dass ich ihr jetzt beigebracht habe, wie sie zu sein hat, sondern da musstest du mit der Person Glaubenssätze durchbrechen, andere Sachen machen. Das heißt, es waren einfach tief verankerte Dinge, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass sie das halt nicht ausgefüllt hat, in dem Fall, weil zum Beispiel der Vater dominante Anteile hatte und sie das einfach für sich nicht haben wollte und da immer distanziert war, obwohl sie es eigentlich in sich getragen hat und das sind Dinge, wir haben alle unsere Geschichten und wir bringen alle unsere Geschichten, unsere Lebensgeschichten, die Menschen draußen sagen immer, unsere inneren Kinder, die bringen wir alle mit zum Bewerbungsgespräch. So und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach gucken, sehen wir das, was die Person selber sieht oder nicht? Und wenn nein, müssen wir uns bewusst sein, es liegt Arbeit vor uns, weil die Person sich wahrscheinlich nicht immer reflektieren kann und sie wird wahrscheinlich auch ein Problem haben mit Feedback manchmal, weil sie denkt, hä, aber das bin ich doch. Weißt du, was ich meine? Ja. So, genau, das ist Grundlage erstmal, ne? Das ist totale Grundlage und wenn wir jetzt im Gespräch sind und ich habe das, ich habe ja auch meinen Fragenkatalog und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nutze den, weil meine Stellen auch alle sehr ähnlich sind, ich nutze fast bei allen immer die gleichen Fragen und ich achte dann auf die Antworten. Genau, du kannst es auch in dem strukturierten Teil, kannst du quasi Fragen einbauen, wo du dann schaust, okay, was muss denn als Antwort kommen? Ich mache mal ein Beispiel. Also, was eine gute Frage ist, ist, worauf in deinem Leben bist du denn zum Beispiel besonders stolz oder sind sie denn besonders stolz? Oder was ist ihr größter Erfolg, ne? Bitte? Oder was ist dein größter Erfolg? Oder was ist dein größter Erfolg, genau, in deinem Leben? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ich sehr häufig benutze. Und dann muss von dominant irgendwas von Leistung kommen, ja? Also, definiert sich häufig auch Überleistung teilweise. Also, irgendwas, was wahrscheinlich beruflicher Kontext oder wenn die zum Beispiel Profisportler sind, kann auch sowas kommen. Aber es muss was mit Leistung kommen, irgendeine Leistung, die sie besonders toll gemacht haben. Bei Initiativ, da können auch viele Situationen kommen, ja? Denen fallen vielleicht viele Sachen ein, wo sie denken, ah, da und da und da. Das kann privat sein, das kann beruflich sein, das kann auch durcheinander sein. Das kann auch sein, dass die erst mal laut lachen und dann sagen, oh, ja, okay, muss ich mal kurz überlegen, weil da fällt mir das und das und das und das ein, ne? Bei stetig, und das ist jetzt ganz wichtig, denen ist Stolz oder größter Erfolg ist denen ja häufig unangenehm. Also, das ist nicht was, wo sie total gerne sprechen. Das heißt, in der Regel müssen sie erst mal nach Antworten suchen, weil Stolz eigentlich wie so ein Fremdwort für sie ist. Weißt du, was ich meine? Die sitzen dann da, denken kurz nach und werden dann relativ verlegen auch was sagen. Und bei Gewissenhaft ist es so, da kann sein, dass er nochmal eine Rückfrage stellt. Also zum Beispiel fragt, was heißt denn Stolz oder was heißt denn größter Erfolg? Oder meinen Sie ein Business oder meinen Sie ein Privatleben? Ja, so eine Rückfrage könnte kommen, Definitionsrückfrage. Und was du da halt ganz klar sehen wirst, der wird den Kontakt unterbrechen, also Blickkontakt unterbrechen, zum Beispiel wie ich das jetzt mache, nachdenken, weggucken und dann relativ klar und ruhig antworten. Ja, und von dem kann man das schon relativ klar sagen, was man sieht. Was ich oft habe, entweder kommt halt der berufliche Abschluss oder oft kommt natürlich das Kind, ja, und da muss ich einfach sagen, da ist eigentlich egal, was für ein Persönlichkeitstyp du wahrscheinlich bist, die eigenen Kinder dann zu nennen, das kommt einfach wahrscheinlich sehr oft. Oder würdest du mir da auch widersprechen? Jein, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wenn du prozentual wieder hinschaust, wird das eigene Kind viel häufiger von Initiativ und Stetig kommen, als von Dominant und Gewissenhaft. Also ich würde zum Beispiel, ich persönlich würde es nie, also worauf bin ich besonders stolz, natürlich sind es jetzt meine Kinder, aber ich würde es niemals im Bewerbungsgespräch sagen. Okay, interessant, interessant. Also deswegen, ich glaube, und also da bin ich mir, bei Gewissenhaft bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch einen Impact hat, weil Stetig kann es sehr, sehr, sehr gut sein. Okay, dann was ich oft höre auf diese Frage ist, auf meine Entwicklung, wer ich jetzt bin, wer ich war. Was ist das für eine Antwort? Ja, also das ist eine gute Frage. Da müsste man nochmal den Kontext an, also da würde ich zum Beispiel nachfragen, okay, was meinst du denn damit? Das könnte am häufigsten von stetig kommen, ja, im Sinne von, wer ich bin und was mich ausmacht und dass man das auch so hinterfragen zum Beispiel sagt, ja. Wenn das jetzt sehr selbstbewusst rauskommt, so auf mich, ne, dann ist es eher so eine dominante Antwort. Nee, ist oft nicht. Oft ist es dann so, ja, dann und dann war ich an diesem Punkt und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und da bin ich so super stolz drauf, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, eher so der Weg ist das Ziel. Oder ich war in einer schwierigen Situation familiär und habe dann da ein, zwei Entscheidungen getroffen und da bin ich heute mega, mega stolz drauf. Also natürlich auch so, wir haben oft junge Leute in Vorstellungsgesprächen sitzen, weil sich viele junge Leute angezogen von unserer Employer-Brand fühlen und da ist es natürlich oft dann nur der Abschluss und wenn sie darauf nicht besonders stolz sind, dann haben sie natürlich auch oft, müssen sie ausweichen auf andere Themen. Auf andere Themen. Ja, aber das könnte zum Beispiel, das, was du gerade erzählt hast, das würde ich auch wieder in Richtung initiativ stetig schieben und nicht von dominant und gewissenhaft erwarten. Also eher menschenorientierter. Also zum Beispiel auch sowas, ich habe eine schwierige Situation im Familienumfeld gehabt und so, das würde ich fast die These aufsetzen, das wird weder von dominant noch von gewissenhaftem Bewerbungsgespräch erzählt. Ja, okay. Also ihr merkt gerade, ich schreibe hier auch mit, weil ich mir wirklich Notizen mache, für mich ist das Gold, was Deborah uns hier mitgibt, weil wir das wirklich tagtäglich in Vorstellungsgesprächen auch anwenden können. Hast du noch so eine Frage? Weil ich finde das jetzt gerade sehr, 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 sehr spannend, was wir hier machen. Ja, was auch interessant ist, finde ich, seit wir Hybrid führen, ist eine Frage, die mich eingeführt, wenn sie die Wahl hätten, würden sie Meetings live oder virtuell abhalten? Das ist auch eine interessante Frage. Also A, kriegst du da nochmal so einen präferierten Arbeitsstil mit und du lernst aber in der Regel auch was über DES und G, weil das halt schon auch verknüpft ist. Also bei dominant könnte zum Beispiel sowas kommen wie virtuell, einfach kurz und knapp, ja, aber könnte auch sein, ja, live kurz und knapp, aber es muss sowas wie kurz und knapp kommen. Bei Initiativ wird sehr sicher kommen in Live oder Präsenz, weil es einfach viel persönlicher ist und man auch diese Pausentalks hat. Ja, das hörst du bei Seminarteilnehmern und Trainern oft. Warum gehen die zu Live-Seminaren? Nicht, weil man virtuell nicht das gleiche erfahren kann, sondern weil die es am besten finden, dann noch abends gemeinsam essen zu gehen. Das heißt, die werden viel, viel lieber Live-Meetings machen. Wenn virtuell, dann mit Bild. Das heißt, sowas wie schwarze Kacheln, das werden die nicht leiden können. Und das werden die dann auch erzählen, ja. Also, ja, bei stetig, da wird es wahrscheinlich aus anderen Gründen sein. Die haben auch in der Regel bevorzugt Präsenz, weil man dann ein anderes Gefühl für die Menschen hat. Das könnte aber auch genauso quasi online sein. Aber dann werden sie auch sowas sagen, ja, wenn die Gruppe nicht zu groß ist oder wenn wir trotzdem uns noch gut austauschen können oder auch mal was Persönliches reden können, ja. Also, da werden irgendwie so Ergänzungen in der Regel kommen. Und bei Gewissenhaft kann schon sowas sein wie virtuell, denn dann habe ich den Smalltalk nicht, ja, den Smalltalk in den Pausen, sondern kann zwischendurch nochmal E-Mails abarbeiten. Und je nach Kultur im Unternehmen kann es auch von Vorteil sein für Gewissenhaft, dass er das Bild abschalten darf oder kann. Nicht, weil er das unbedingt immer besser findet, sondern es kann einfach auch der Grund sein, dass er sich da besser konzentrieren kann, ja. Sondern, also, das ist ja auch nachgewiesenermaßen so, dass wir in virtuellen Meetings mit Video, auch wenn ich das bevorzuge, das Problem manchmal haben, dass die Leute Konzentrationsprobleme haben, weil sie sich selber quasi beim Sprechen beobachten. Ja. Dann haben wir noch eine Frage, gerade bei Vertriebspositionen. Du möchtest einen Kunden, der klare Kaufsignale gegeben hat, kontaktieren. E-Mail oder Telefon? Ja, ist auch gut. Wobei man da sagen muss, da musst du aufpassen mit jüngeren Menschen. Also jüngere Menschen haben fast alle ein Problem mit dem Telefon. Genau. Und trotzdem stellen wir die Frage nicht nur aus Disc-Gründen, sondern weil wir einfach aus Conversion-Gründen, weil wir einfach sagen, wenn du im Vertrieb arbeitest und das Telefon nicht schaffst, in die Hand zu nehmen, dann wirst du einfach faktisch weniger Erfolg haben können. Also ich finde das richtig krass. Das ist ein super Thema, was du da bringst. Aber jetzt mal unabhängig von Disc, weil ich mich immer frage, okay, wie kriegt man die dazu, dass die ans Telefon gehen? Oder müssten wir halt teilweise unseren Vertrieb nochmal an manchen Stellen zum Beispiel auf mehr WhatsApp-Sprachnachrichtenvertrieb oder so umstellen? Die Frage habe ich mir ernsthaft schon mal gestellt, weil ich das bei mir auch merke, dass ich mehr Sprachnachrichten von Leuten kriege und dann Vertrieb tatsächlich schon fast asynchron manchmal funktioniert. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Initiativ gut damit klarkommen würde, mit Sprachnachrichten Sachen zu machen. Definitiv, definitiv. Ja, die Frage ist, kriegst du, es kommt immer auf den Kontext an im B2C, sicherlich nochmal einfacher als im B2B und wie gesagt, kommt komplett auf den Kontext an. Dann, ich habe mir auch ein, zwei Fragen ja auch von dir geklaut und übernommen. Ja, sag mal. Also einmal die auf der einsamen Insel und das mit 5.000 Euro. Welche wollen wir nehmen? Können wir beide machen. Ja, dann fangen wir mal mit der 5.000 Euro Frage an. Also wenn du 5.000 Euro gewinnst, was würdest du damit machen? Ja, das ist auch eine super Frage, die ich wirklich sehr gerne benutze, weil da siehst du einfach die unterschiedlichen Reaktionen. Auch da, dominant, wird sehr schnell eine Antwort haben, die in der Regel schon durchdacht ist. Initiativ kann sein, lacht erstmal los, 5.000 Euro Hilfe, okay, muss ich das alles aufgeben? Kann ich auch was sparen? Kann ich vielleicht damit was machen? Also denkt so laut nach, lacht meistens noch und sagt, okay, könnte auch sowas sein, dann fahre ich erstmal richtig in den Urlaub und dann, ah nein, ernsthaft, dann merkt gerade, das ist jetzt ein Bewerbungsgespräch. Stetig auch dieses, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses Nachdenken, dieses, okay, muss ich erstmal überlegen, was kann ich denn machen? Wird ziemlich sicher irgendwas mit ein Teil zurücklegen sein, ja, ein Teil sparen oder was ich auch schon oft mitgekriegt habe bei stetig, ein Teil spenden. Auch das kommt häufig, ne? Das ist, also wenn das kommt, kannst du eigentlich fast drauf wetten, dass es von stetig kommt. Ja, das habe ich dann nicht in Spenden, aber so meiner Mutter was geben, was zurückgeben, genau, was zurückgeben, so, das kommt tatsächlich sehr oft. Viele teilen das Geld auf in ein bisschen Anliegen, also ein bisschen das Vernünftige, vielleicht ist es auch das Vorstellungsgespräch, was das Vernünftige denn nochmal so ein bisschen mehr triggert. und ich habe ganz, ganz oft Leute, die sagen, ich möchte davon mal in Urlaub fahren. Ja, ja, genau. Aber dann weißt du schon, also da muss Initiativ sein, ne? Also, also so diese Antwort ist sehr initiativ. Weil gewissenhaft, selbst wenn er in Urlaub fahren würde, wird einfach überlegen, sage ich das jetzt hier im Bewerbungsgespräch oder wird auch nachdenken. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen Dominant-Initiativ und vor allem gewissenhaft. Gewissenhaft denkt einfach nach, bevor er was sagt. Und Initiativ haut auch einfach raus. Dominant denkt auch nach, aber kürzer und dadurch oft nicht zu Ende gedacht. Genau, was ist so eine typisch dominante Antwort? Also klar, in der Reaktionszeit kann man es einmal festmachen, habe ich jetzt verstanden. Reaktionszeit, also Dominant, da kannst du jetzt nicht sagen, inhaltlich das muss kommen, sondern es können total unterschiedliche Sachen sein. Dann kann sowas sein wie, 1.000 Euro lege ich aufs Bankkonto und dann fahre ich nochmal, also könnten schon sagen, 1.000 Euro Bankkonto, dann würde ich einen kleinen Kurztrip machen und dann würde ich mir einen neuen, keine Ahnung, einen neuen Computer anlegen, damit ich schneller arbeitsfähig bin, ja? Also Reaktionszeit und auch die Art und Weise, wie ich das sage. Genau, genau. Der Auftritt muss immer selbstsicher sein, weißt du? Die Frage verunsichert mich nicht, sondern... Ich weiß ganz genau, du brauchst gar nicht zu Ende stellen, die Frage, ich sage dir jetzt mal, wie ich es machen würde. Genau, ich sage dir, wie ich es machen würde, ist gar kein Problem. Und bei Initiativ musst du erst so, das ist erst so neugierig, wach, 5.000 Euro, weißt du sowas, 5.000 Euro, oh, da könnte ich, was könnte ich denn damit alles machen? Denk dann laut nach und, weißt du, so diese, also neugierige Reaktion, so eine wache Reaktion darauf. Und bei stetig eben eher unsicher. Das heißt, die Frage erwartet in der Regel keiner im Forschungsgespräch, deswegen verunsichert sie das eher und sie sind aufgeregt. Und stetig kann auch viel erzählen übrigens, manche Leute denken, ja, stetig erzählt, das stimmt nicht, aber es ist dieses Nacheinander erzählen. Das und 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 das. Und dann, gewissenhaft, ganz, ganz wichtig, kritischer Blick, ja. Der denkt auf jeden Fall, okay, warum stellt der mir denn diese Frage gerade, ja. Also, das ist das, was ich meine mit dem Weiterdenken. Und die werden schon genau aufpassen, was die da sagen, also viel skeptischer. Weißt du, also zum Beispiel mein Mann hat auch hochgewissenhafte Anteile. Ich eher nicht so, kann man sich vielleicht vorstellen, ja. Und da ist es zum Beispiel so, ich erwarte nicht, dass irgendjemand in unser Haus einbricht. Deswegen muss ich es auch nicht doppelt abschließen. Ich weiß natürlich, dass es das Risiko gibt, aber er kriegt die Krise, wenn ich das Haus nicht doppelt abschließe. Weil er, weißt du auch? Nein, nein, Versicherung, das kommt dann immer, das kommt dann immer. Ich habe auch einen Kumpel, einen Geschäftspartner und der wohnt auch noch in meinem Haus und der sagt mir das halt auch immer. Du weißt schon, dass die Versicherung dann nicht zahlt. Genau, genau. Ich denke so, ach komm, ich bin zehn Minuten weg. Weißt du, wenn ich in den Garten runtergehe, lasse ich vorne sogar den Schlüssel manchmal stecken. Und meine Tante sagt dann zu mir, du hast aber Nerven, du. Ja, also, ja, aber ich erwarte nicht, dass es passiert. Weißt du, oder andere Situationen. Wir gehen auf einen Spielplatz mit unserer vierjährigen Tochter. So, die geht hoch aufs Klettergerüst. Ich sage, super, du hast es geschafft. Er sagt, Hilfe, bitte fall nicht runter. Also, das heißt, er erwartet einfach, dass mehr Unfälle passieren, als ich die erwarte. Und die Realität ist ja immer irgendwo in der Mitte. Es passieren mehr Dinge, als ich vielleicht denke. Ja, die fliegt halt mal irgendwo runter. Aber es bricht auch nicht ständig jemand in unser Haus ein. Genau. Und wenn sie runterfällt, ist es auch nicht so, dass sofort der Arm gebrochen ist. Genau. Aber zum Beispiel, er macht ja bei uns auch die IT, ja. Und letztens hatten wir tatsächlich den Fall, also, hätte er nicht diese 100.000-Sicherheits-Einstellungen gemacht, wären wir gehackt worden. Also, deswegen ist es ja gut, dass er damit rechnet, dass solche Sachen passieren. Deswegen ist auch dieser Stuhl so wichtig. Also, brauchen wir jemanden? Leute, Unternehmen und nicht nur Dominante, die sich um Sicherheit dann nicht scheren und so weiter. Ja, oder auch Datenschutz, ja. Also, weißt du, wir haben, ich habe Captions, kennst du Captions als Untertiteltool? Das ist eins meiner Lieblingstools. So, ich habe das schon einfach benutzt, sagt meine Schwester, meine Assistentin ist meine Schwester auch. Er hat auch hoch gewisse Anteile. Er sagte zu mir, du hast du das mal mit dem Datenschützer prüfen lassen? Sag ich ganz ehrlich, nee. Dann hat er das geprüft und sagte, man könnte auf gar keinen Fall irgendwelche Mitarbeiter hochladen. Das wäre so ein typischer Fall, wo ich zu vorschnell war. Und ich kann mich da jetzt selber hochladen, musste da nochmal einen Wisch unterschreiben, dass es für mich okay ist, dass wenn Captions meinen digitalen Tönen benutzt, dass ich da nicht sterbe oder so, ja. Aber da muss man ja sagen, es ist ja gut, dass es beides gibt. Die Frage ist immer, was brauche ich? Aber man erkennt einfach gewissenhaft total an diesem kritischen Hinterfragen, an dem Misstrauen, dass was schief laufen könnte. Und ich finde es so wichtig, dass wir das Recruitern auch beibringen, weil die ja dann oft denken, was stimmt mit der Person nicht. Und mit der stimmt alles, die hat einfach nur andere Fragen. Ja. Ich habe letztens auch, glaube ich, auf einem LinkedIn-Post von dir was kommentiert. Und da hattest du runtergeschrieben, ja, cool, dass ihr das so nutzt und so weiter. Und dann kam dann irgendwann, ich glaube, eine Stunde später, eine Frage, ja, wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Und da habe ich auch nur gedacht, okay, ich habe es wirklich wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, okay, da brauchst du jetzt über LinkedIn nicht drüber diskutieren, weil du kannst jetzt nur verlieren. Du kannst nur verlieren. Genau. Okay. Aber übrigens, jetzt kannst du es über Microsoft Co-Pilot machen zu dem Thema. Wenn du darüber, darüber hast du nämlich einen Datenschutzvertrag, der sauber ist. Ja. Aber das ist genau der Punkt, glaube ich, dass wir, wir müssen auf die Wirkung achten, ja, oder zum Beispiel, wenn du die Leute, du kannst dir auch ihre Stärken beschreiben, das ist so eine klassische Frage. Viele sagen, ich kann die nicht mehr hören. Aber das ist nicht so wichtig, was sie sagen, sondern es ist immer wichtig, wie sagen sie es. Und bei Dominant muss eben dieses klare Selbstbewusstsein, Stichwörter, schnell raus. Bei Initiativ, die machen oft auch Storytelling. Und ich sage auch immer, wenn du mit einem Initiativen nicht gelacht hast, nach einer, sag mal, Viertelstunde oder so, dann würde ich die Initiative hinterfragen. Also zumindest in meinem Fall, weil ich natürlich auch hochinitiativ sein kann und ich versuche einfach, dann auch Witze zu machen, die sind vielleicht jetzt nicht immer super lustig, aber man kommt dann, man kommt dann schnell ins Lachen. Die lachen dann auch mit. Die lachen mit, genau. Genau. So, jetzt haben wir auch hochgewissenhafte Zuschauer und wenn wir die Frage jetzt einfach weglassen würden, dann wären die hart getriggert. Deswegen stellen wir sie. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel und du dürftest drei Dinge mitnehmen. Was würdest du da mitnehmen? Ja, was kriegst du da für Antworten? Da kriege ich oft auch so Antworten wie, also erstmal hinterfragende Antworten. Darf ich auch eine Person mitnehmen? Darf ich auch das und das mitnehmen? Ja, dann weiß ich, okay, ist definitiv, hat gewissenhafte Anteile, hat stetige Anteile, weil sonst würden diese Nachfragen, Kontextnachfragen nicht so kommen. Dominant könnte er auch sein in dem Fall, ne? Also, so was wie, was darf ich mitnehmen? Da könnte schon, aber dann würde die Art der Rückfrage wäre anders. Also, es wäre dann so was wie, auch Personen? Also, schnell für meinen Denkprozess? Ja, genau. Ja, also es wäre einfach eine andere Art der Rückfrage. Okay. Ja, und ansonsten ganz oft so praktische Dinge, die die Leute mitnehmen oder wenn ich dann merke, so ein Radio oder so, dann weiß ich, okay, ist eher vielleicht Initiativ. Der jetzt noch an seine Belustigung dann noch denkt. Ja, so in diese Richtung. Was kriegst du für Antworten? Oder nutzt du die Frage? Ja, total unterschiedlich. Ja, ich nutze die Frage, also ich nutze halt alle diese Fragen. Eigentlich wirklich nicht so sehr, um zu hören, was sagen die, sondern einfach viel mehr zu hören, um, wie reagieren die auf diese Fragen. Weil was haben alle Fragen gemeinsam? Die Menschen rechnen nicht damit. Also, die Menschen sind auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Die rechnen mit Fragen wie, was sind ihre Stärken? Die rechnen auch mit sowas wie, was ist denn wichtig für sie bei ihrem neuen Arbeitgeber? Die rechnen damit, warum und verlassen sie ihr altes Unternehmen? Die rechnen damit, warum wollen sie genau diesen Job machen? Das sind alles Fragen, die haben die vorher abgespult. Und wenn wir Fragen haben, die wir vorher schon abgespult haben, dann antworten wir oft nicht natürlich, sondern wir antworten vorbereitet. Und das lässt dann quasi unser freies Erzählen weg. Und wenn die plötzlich mit Fragen konfrontiert werden, die die nicht vorbereitet haben, und solche Fragen haben sie nicht vorbereitet, dann sehen wir mehr von dem, wie sie eigentlich erzählen. Und dann eben darauf achten, ich wiederhole nochmal, weil es einfach so essentiell ist, dieses selbstbewusste Dominante reagieren, egal wie unvorbereitet die Frage ist. Initiativ, häufig lustig, Storytelling, lacht über die Frage, muss dann überlegen, redet laut mit sich selber, stetig, unsicher, schräg, aufgeregt. Was mache ich jetzt? Was sage ich denn jetzt? Hilfe, was sage ich jetzt? Hilfe, was sage ich jetzt? Das geht im Kopf vor. Hilfe, was sage ich jetzt? Muss irgendwas Schlaues sagen? Schlaues, Schlaues, Schlaues. Und dann bei gewissenhaft, okay, warum will sie das denn wissen? Was ist das denn für eine Frage? Also Kontakt unterbrechen, Blickkontakt nachdenken, zu Ende denken, zu Ende denken. Und dann fokussiert reden. Und das Muster muss erkennbar sein. Und dann kannst du auch am ehesten was sagen. Weil bei der einsamen Insel habe ich ja auch schon alles gehört. Einer hat mal gesagt, sie würde eine Yogamatte mitnehmen. Da habe ich gedacht, ernsthaft, warum die eine Luftmatratze? Das wäre irgendwie logischer. Aber die hätte dann auch einen guten Grund dafür. Also du hörst ja die lustigsten Sachen. Aber es geht nicht um das, was sie sagen, sondern es geht um das, wie sie das erzählen. Und dass wir dann quasi darin erkennen, was ist da. Oder zum Beispiel, dass es auch total gut ist, wenn man prüfen will, ist da Dominanz. Dann einfach so ein bisschen skeptische Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt erzählen würdest, hey, Deborah, ich habe jetzt hier gerade mein, das hast du mir vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, hast du erzählt, ich habe jetzt mein Büro umgebaut, ich habe jetzt gar kein Büro mehr. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, ich habe dann ja gesagt, ach cool, ich muss auch mal mein Papier hier wegkriegen. so, ich könnte aber jetzt sagen, um zu gucken, ob bei dir Dominanz ist, ernsthaft Marvin, das finde ich aber eine ganz schwierige Entscheidung, weil wie willst du denn das ganze Zeug handeln? Du brauchst ja einen festen Arbeitsplatz und was ist, wenn du da ein das und das machst? Hast du ja sogar gesagt, du hast ja sogar ein Einwand gebracht und auch das ist für mich gar kein Problem und so weiter. Und jemand, der jetzt gewissenhaft wäre oder stetig gewissenhaft wäre, den hättest du vielleicht in der Minute wahrscheinlich ein bisschen verunsichert und hat gedacht, stimmt, hast du ja eigentlich recht, muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Also eigenes, dann hast du auch nicht verunsichert reagiert, weißt du, darauf wollte ich raus. Also du hast dich ja nicht verunsichern lassen von dem her, was machst du denn mit dem ganzen Zeug? Weil du hast ja dann gefragt, welches Zeug denn? Das hast du mich zurückgefragt und welches Zeug? Da habe ich ihm gesagt, hier Seminarmaterial, hier Ablaufplan für mein Webinar und so Zeug. Dann sagt er so, habe ich nicht, habe ich nur digital auf Miro. Also das ist die dominante Reaktion, die wir quasi erwarten würden. Und da kannst du gut abklopfen, weil wenn das zum Beispiel so ist, dass da nicht so viel Dominanz ist, dann hätte du zum Beispiel eher verteidigend reagieren können. Also zum Beispiel sagen, ja, okay, vielleicht muss ich noch mal drüber nachdenken, ob ich mir doch mal in der Ecke noch mal irgendwie so ein Ding einrichte, aber jetzt habe ich es erst mal so gemacht. Also sowas Verteidigendes und also rechtfertigen von dem oder unsicher werden, was sage ich mir jetzt hier, das wäre ein klares Indiz dafür, dass da nicht so viel Dominanz ist. Ich kann dir ja auch sagen, was der gewissenhafte, stetige Marvin gesagt hätte. Oh ja, du hast recht, hier liegen ja auch noch Sachen rum und das ist jetzt auch nicht ganz perfekt, weil die Mitarbeiter kriegen das auch mit. Daher muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Aber ich habe das einfach so getan, als ob es das gar nicht gibt, als ob es kein Papier mehr hier gibt, weil ich denke, okay, es hat jetzt dem Gespräch, hätte es nicht geholfen, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Aus meiner dominanten Perspektive nur. Genau, oder du kannst zum Beispiel auch total Gewissenhaftigkeit kannst du auch gut abklopfen, wenn du junge Leute hast und du hast gesagt, du hast primär junge Leute, indem du fragst, wie haben die sich denn während ihrer Ausbildung oder während ihrem Studium organisiert, also das Lernmaterial organisiert. Und jetzt können ganz unterschiedliche Antworten wieder kommen. Also das Was ist wieder nicht so super entscheidend, aber es muss klar aus der Antwort rauskommen in diesem Fall, dass es irgendwie organisiert war. Also zum Beispiel können die in der Lerngruppe gewesen sein, obwohl die hochgewissenhaft sind, wenn es denen geholfen hat, sich zu strukturieren. Oder sie hatten eine Liste mit verschiedenen Themen, die sie dann abgearbeitet haben. Aber sie werden nicht über Nacht, weißt du, also ich habe oft so gelernt, ich habe die ersten 20 Seiten habe ich mir noch zusammengeschrieben, da hatte ich für den Rest keine Zeit mehr, da habe ich die ersten 20 Seiten habe ich mir reingepaukt, den Rest zog quer, irgendwie mir noch angeeignet und das war sehr unstrukturiert. Und das wirst du bei Gewissenhaft in der Regel nicht erleben, sondern da haben die das, entweder haben die dann alles sauber zusammengefasst und auch organisiert oder halt irgendwie in einem anderen strukturierten Rahmen. Und damit kann man das auch sehr schön sehen, wie gut haben die sich da schon organisiert. Bei Initiativen, habe ich vorhin schon gesagt, kannst du halt gut prüfen, einfach wie lassen die sich auch auf Storys ein, private Sachen. Ich weiß noch, als wir einmal eine Verkäuferin eingestellt haben oder einstellen wollten, das war die mit der Yogamatte, ich glaube, da habe ich mich gefragt, hä, warum eine Yogamatte? Dann hat die mir erzählt, dass sie eine neue Yogamatte hatten, dass es so eine super Yogamatte ist und ich schwöre es euch, ich mache nicht mal Yoga, ich bin danach zu Amazon und war kurz davor, mir diese Yogamatte zu holen. Das schafft in der Regel nur Initiativ, diese Wirkung zu haben, zu sagen, hey, das ist so eine Yogamatte, die musst du dir kaufen, auch wenn du kein Yoga machst. Das war mega, wirklich. Die haben wir nicht eingestellt, aber nicht, weil ich dachte, sie kann nicht verkaufen, sondern aus einem anderen Grund. Und bei stetig, da ist es einfach immer wieder wichtig, zu sehen, denen ist das Persönliche auch total wichtig. Also in den Antworten nach diesen persönlichen Anteilen zu suchen. Also da kann gut so etwas kommen, wie ich hatte in der Familie Schwierigkeiten und dann haben wir es aber geschafft, dass wir das zusammen bewältigt haben. Da werden auch so inhaltlich Sachen kommen, wie wir haben, ja, mir ist es wichtig, dass wir mit anderen zusammen was machen. Ja, oder mir ist es wichtig, dass ich das Einarbeitungszeit, habe ich schon gesagt, ja, die stellen solche Rückfragen, wie sieht denn die Einarbeitungszeit aus? Das wird man dann niemals fragen, niemals, ja. Und daran erkennst du halt die Unterschiede. Also im Dominanten nervt eine Einarbeitungszeit eher, die sagen, oh, jetzt muss ich da durch diesen Prozess durch und jetzt erwarten die wieder, dass ich ein bisschen langsamer bin und die ganzen Details beachte und so weiter und so fort. Genau. Ja. Von daher, also ich finde das immer noch einer der spannendsten Parts, muss ich sagen, danach ein Bewerbungsgespräch zu gucken, habe ich recht gehabt. Und übrigens muss man natürlich, lernt man das auch mit der Zeit, ja. Also dass man, man muss es auch hinkriegen, dass diese Atmosphäre im Bewerbungsgespräch halt sehr natürlich ist. Weil wenn die Leute im Bewerbungsgespräch sind, sind sie ja nicht in einer natürlichen Situation, sondern wenn wir ein Profil ausfüllen würden, ich in der Bewerbungssituation, würden wir wahrscheinlich nochmal ein anderes Ergebnis von uns allen rauskriegen. Aber durch Fragen, die halt Storytelling ermöglichen, die Sachen öffnen, die sie sich nicht vorbereitet haben, eröffnen wir natürlich den Raum, ja. Und je mehr, ich versuche immer, dass es so natürlich wie möglich wirkt, dass wir einfach reden. Ich sage immer, das ist wie so unser erstes Date heute, da lachen die Leute oft schon. Und ich sage immer, nach dem ersten Date merken wir dann, wollen wir mehr voneinander oder reicht es uns dann schon? Und wie im echten Leben ist es so, dass wenn man dann bei beiden denkt, hm, ist irgendwie nicht so, dann wird es wahrscheinlich der Weg auch nicht weitergehen, ja. Aber heute ist die Möglichkeit, in beide Richtungen zu gucken, können wir das uns miteinander vorstellen. Und das macht es den Leuten oft schon leichter. Also am Anfang jetzt nicht so Klopperfragen raushauen und wo es total komplex wird, sondern eher versuchen, ein Gespräch hinzukriegen, in dem die so natürlich wie möglich agieren können. Ja, ich analysiere das tatsächlich auch immer live, dass ich wirklich auch die Antworten gebe und sage, pass auf, ich merke jetzt, du hast da einen guten dominanten Anteil, das ist so und so und das wird dir auch helfen im Job so und so und so. Und dadurch entsteht halt so ein Gespräch. Also du wirst es wahrscheinlich noch mal krasser haben, weil du das ja noch mal besser analysieren kannst. aber dadurch entsteht so eine Gesprächsatmosphäre, dass der Bewerber wirklich sagt, ey, ich fühle mich hier verstanden und die haben mich analysiert und die haben auch sich Gedanken gemacht, wie deren Stelle aussehen soll. Und ich sage ja auch immer die drei Gründe, warum wir Leute einstellen. Ja, erstens ist Culture Fit, also passt du in unser Team. Das Zweite ist, passt du von der Persönlichkeit auf die Stelle. Und das Dritte ist Leistung. Kannst du so hoch springen, wie man hier springen muss, damit du in den Meetings auch mithalten kannst. Und das beeindruckt die Leute, weil sie sagen, okay, das ist hier offensichtlich, hier wird darauf geachtet, dass ich nicht auf irgendeine Stelle gesetzt werde. Ja, absolut. Cool, dann haben wir es. Dann wünschen wir euch alles, alles Gute bei vielleicht Veränderungsprozessen innerhalb des Recruitings. Schaut mal, ob ihr Persönlichkeit mit in das Recruiting mit reinnehmt und viele tolle Hirings. Ja, ich wünsche euch einfach, dass ihr im Zweifel immer bei eurem Nein bleibt. Ich glaube, das ist meine wichtigste Recruiting-Regel, wenn man spürt, da ist irgendwas nicht, nicht sauber, also irgendwelche Störgefühle hat. Dann schon sauber zu analysieren, wo kommt das her, liegt das, hat das auch mit mir zu tun, aber ich denke mal so, wenn man im Bewerbungsgespräch schon merkt, nee, irgendwie ist es das nicht, auch wenn das Profil perfekt passt, dann wünsche ich euch dazu sagen, im Zweifel Nein, weil, ne, erstes Date vorhin, in der Regel wird es auf Langfristigkeit nicht besser. Manchmal zieht man die Leute mit in die Probezeit, dann zieht man die Leute aus der Probezeit und irgendwann merkt man, okay, scheiße, hätte ich nur am Anfang den Cut gemacht. Und das wünsche ich allen, das wünsche ich euch, dass ihr da rechtzeitig die Notbremse zieht und einfach wirklich lieber mal ein halbes Jahr ohne jemanden lebt, als die falsche Person an Bord zu holen, weil es einfach super viel Energie kostet.